Pepe vor dem Breakout 200% Pump möglich. Wie hier die Wahrscheinlichkeiten stehen, was aktuell unsere primäre Erwartung ist und welche Levels diesbezüglich für mögliche Long als auch Shorts und eben gerade auch für mögliche Sportportfolio Käufe relevant werden können, schauen wir uns hier alles gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Pepe Spezial Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute mal diesen Coin hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen wie immer im Intro ganz kurz auf ein, was sich hier prozentual getan hat und gehen dann rüber in den Chart. Wie sieht es da aus? Welche Optionen sind aktuell offen? Was ist unsere favorisierte Erwartung? Und ja, welche Levels werden diesbezüglich interessant? Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über den Kombi, um den YouTube-Algut zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten direkt rein, Pepe notiert hier aktuell bei den 0,0004321 Cent und ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 35,8% im Plus. Sonst gesehen auf die letzten 7 Tage sind wir natürlich hier auch ordentlich nach oben und raus durchgedreht, 254% sind wir hier aktuell im Plus. CoinMarketCap hier aktuell bei 1,8 Milliarden US-Dollar, damit hier BuyCoinMarketCap auf Rang 55. Machen wir direkt weiter auf dem Pepe-Chart, beginnen hier ganz kurz auf dem Daily-Time-Film. Über Gordon erzählen wir hier einmal seit unserem Low einen Impuls nach oben, eine weiße 2 nach unten, die hier perfekt unser Golden Pocket getretet hat. Heißt, den Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für so eine Welten-2-Korrektur angelaufen zu werden und sind dementsprechend seit diesem Low in unserer nächsten weißen Welle 3. Wenn wir uns jetzt hier mal ganz stumpf unser Trend-basiertes Fibonacci Retracement anlegen über unser 1-2, kommt unsere nächste Haltestelle bei unserem 1-2-1-Achure rein, was hier liegen würde bei den 0,0016 Cent. Ist von unserem aktuellen Preis an nochmal ein Anstieg von, ja, roundabout 200 bis 270%, je nachdem wie man das Ganze jetzt hier anlegt. Sonst muss man aber sagen, nächste Haltestelle wäre dann erst wieder unser 1,618, wenn es sich hier wirklich um einen bullischen Count handelt. Denn unser 1,618 bis 2er Fib hier oben, dieser Bereich, ist der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für so eine weiße Welle 3 angelaufen zu werden. Sollten wir hier nur unser 1-2-1-Geschirr hätten, heißt hier ein 1,2,3 nach oben ausbauen, dann würden wir das Ganze wahrscheinlich nicht impulsiv als 1,2,3 zählen, sondern eben als A, B, C. Und dann würden wir hier eben Resistant fahren und dann eben hier nochmal ordentlich in Richtung Lower Low Up verkaufen. Das würde dann eher das bearish-Szenario dann übergeordnet sein. Wenn wir hier in Richtung unseres 1,618 kommen, sehr bullish, würden wir nochmal eine 4 und eine 5 erwarten. Und dann haben wir natürlich auch hier wieder einen sehr großen Impuls ausgebaut, wo wir wieder auf eine korrektive Gegenbewegung folgen würden. Und wir dann natürlich nochmal nachhaltig dann in Zukunft steigen können. Sonst, 1-2-1-Age, wenn wir da wirklich große Resistence erfahren, sieht es hier für Pepe nicht allzu gut aus. Bevor wir jetzt hier in die Analyse unserer weißen 3 einsteigen, wie immer ganz kurz noch der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. So sehen die Trades aus, wie wir uns dazu gesagt haben, das Ganze ist natürlich keine finanzielle Anlageberatung, so traden wir, könnt die Trades nachmachen, müsst das natürlich nicht. Wir traden auf Budget, gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Spart ihr euch, wenn ihr euch über den registriert, natürlich erstmal einen Großteil an Gebühren. Aber ihr habt auch noch den Vorteil, gilt sowohl für neue als auch Bestandskunden. Bis zum 11. März haben wir da ein bisschen Event am Laufen. Wenn ihr da 50 Euro einzahlt, wenn ihr euch über den Link registriert habt, haltet ihr nochmal 50 Dollar, heißt es wird eure Einzahlung verdoppelt. Und dann eben nochmal, je nachdem, wie viel ihr bis zum 11. März tradet, gibt es hier nochmal gestaffelte Boni in Höhe von bis zu 450 Dollar, heißt, solltet ihr noch nicht angefangen haben, über unseren Link zu traden, tut das gerne jetzt, wie gesagt, alle Links unten in der Videobeschreibung. Talk & News Gruppe ebenso verlinkt, wenn ihr euch für den Austausch interessiert oder einfach kleinere Trade-Ideen und Updates von unserer Seite aus nicht verpassen möchtet. Gut, jetzt geht es runter ins Geschehen auf dem 4-Stunden-Time-Frame und wir zählen unsere ganze weiße 3 nochmal in den grünen Count, heißt, wir erwarten klassischerweise nochmal einen Impuls. Heißt, wir haben hier eine 1 nach oben gezählt, diese ist bereits gefunden und der Count könnt ihr hier einmal in Gelb entnehmen, dementsprechend mit unserem High hier unsere grüne 1 gefunden, grüne 2 wieder runter, auch hier wieder perfekt unsere Optimalbereiche abgeholt, Golden Pocket und dann daraus impulsiv rausreagiert. Heißt, wirklich auch Pepe, ein Coin, der sich sehr schön nach Elite-Advent verhält und seitdem sind wir eben in unserer grünen 3, hatten da auch damals in unserem letzten Video hier unser 1,618 als nächste übergeordnete Haltestelle 4 für unsere grüne 3 anvisiert und das ist jetzt im Endeffekt auch genauso gekommen, auch auf einem kleinen Time-Film wirklich sehr schön, wie erwartet eben, wir erwarten hier 1,2 nach oben, haben dann unsere 3 reinbekommen, ich glaube zu dem Zeitpunkt hier circa hatten wir ein Video gemacht, haben dann gesagt, hier 0,2 der 6er bis 0,2 der 2er hier der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für so eine rote 4 hier angelaufen zu werden, sind dann hier runtergekommen bis zum 0,2 der 6er und auch hier ganz wichtig, wie der impulsiv nach oben reagiert und haben dann direkt unsere nächste Haltestelle hier angelaufen, unser übergeordnetes grünes 1,618. Das kam hier rein bei den 0,000485 Cent und sind jetzt auch seitdem allein nur von diesem übergeordneten Level bereits an der Spitze hier nach unten raus nochmal 14% abverkauft. Heißt, Glückwunsch an alle Personen, die hier unten erstens long gegangen sind mit unserer Analyse oder jetzt hier oben bereits in Short Trades eingestiegen sind. Ja, was würden wir jetzt aktuell, einfach nur wenn wir jetzt das ganze hier stumpf betrachten, erwarten, würden wir jetzt erstmal sagen, okay, wir werden jetzt wahrscheinlich zeitnah in eine grüne Wellen 4 Korrektur gehen. Da können wir uns mal gerade die Bereiche reinladen, die würden hier beginnen, wir machen die einmal grün und schieben das mal ganz kurz nach rechts, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Natürlich wie immer 0,2 der 6er bis 0,382 hier der Fokus für diese Welle 4 würde hier starten eben bei den 0,000328 Cent, geht runter bis zum 0,382 bei 0,000254 Cent. Das ist der Bereich, den wir aktuell anfokussieren würden für diese Wellen 4 Korrektur, um dann aber ganz wichtig im Anschluss eben noch ein letztes Mal einen Impuls hier in Richtung High High zu bekommen. Da wird es dann natürlich ganz interessant, ob diese grüne Welle 5 dann überextendiert oder ich sage mal, ob wir die dann regulär reinbekommen. Dann könnte es nämlich hier sehr interessant werden mit unserem 1-to-1-Ratio, dass wir dann hier doch im Anschluss eben noch ein weiteres Lower Low brauchen, das aber wirklich noch in ferner Zukunft. Heißt, wir erwarten eigentlich zeitnah jetzt hier unsere grüne Wellen 4 Korrektur, man muss aber dazu sagen, wir können oder wir geben unserer grünen 3 noch ein bisschen Platz, denn der Optimalbereich beginnt zwar beim 1,618, geht aber hoch eben bis zu unserem 2er-Fib. Das startet hier bei den 0,000729 Cent. Das wäre jetzt hier aktuell nochmal ein Preisanstieg von, ich sage es mal, von unserem High angesehen, nochmal hier von 50 Prozent. Diesen Bereich geben wir PP definitiv, da würden wir jetzt auch nicht reinshorten, außer wir kriegen jetzt auf dem kleinen Timefirm einen ganz klaren, impulsiven Move nach unten, der eben nicht mehr zu einem Subcount dieser grünen 3 passt. Wenn wir nämlich jetzt hier beispielsweise einen Impuls, ich sage jetzt mal, in diese Region hier runter bekommen, das wirklich ganz klar impulsiv aussieht, dann kann man überlegen, ob wir hier im Retracement eben Short einsteigen, um das Ganze hier dann nochmal in Richtung unseres 0382ers mitzunehmen. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze hier Short-Tail-technisch mitzunehmen. Hier jetzt einfach reinzuschorten, würden wir von abraten, natürlich keine finanzielle Anlageberatung, das wäre uns aber noch ein bisschen zu heikel, denn es kann auch noch insofern ein bisschen anders sein, dass unsere rote 3 noch nicht gefunden ist und wir diese erst jetzt mit unserem aktuellen High hier reinbekommen haben, würden dann jetzt erst in unsere rote 4 verfallen, um dann eben noch ein letztes High-High reinzubekommen. Heißt, wir halten jetzt hier erstmal die Füße still, zumindest mit Shorts. Shorts nur dann, wenn wir hier wirklich einen Impuls nach unten bekommen, korrektiv hochkommen, dann kann man das Ganze hier Short-Attention mitnehmen, in der grünen 4, um hier nochmal in Richtung Lower-Low runterzuschorten oder wir, ja, ich sage jetzt mal, spielen das Ding sicher und longen hier im Endeffekt unseren gesamten grünen Wellen-4-Bereich mit, ja, TP hier oben oder mit Entry hier oben, SL unter unserem 0,5er, um dann hier definitiv eben von unserer grünen 5 zu profitieren. Heißt nochmal zusammengefasst, aktuell hier weiterhin alles nach Fahrplan. Wir gehen davon aus, dass hier zeitnah unsere grüne 3 beendet ist, dann würden wir in diese grüne Wellen-4-Korrektur eben verfallen. Die Bereiche greifen hier, die ich jetzt gerade eben genannt habe. Sonst würden wir jetzt hier erstmal nicht reinschauen, da es, wie gesagt, sein kann, dass man das Ganze untergeordnet, insofern noch ein bisschen anders countet, dass wir hier nochmal ein weiteres Higher-High benötigen würden. Sobald aber wirklich dann hier unsere grüne 4 anfängt, können wir hier auch über mögliche Long- als auch Spot-Portfolio-Käufe dann natürlich hier unten nachdenken im Bereich 0,2er, 6er bis 0,3er, 2er mit, wenn man sicher sein will, hier SL unter 0,5er, dass wir dann, wie gesagt, definitiv von unserer grünen Welle 5 hier im Anschluss dann profitieren können. Sonst können wir uns auch hier ganz kurz natürlich unseren Preisanstieg hier nochmal reinladen. Und wenn wir jetzt hier gerade mal von unserem 0,2er, 6er das Ganze bemessen, geht es hier relativ schnell hoch. Nochmal ein weiteres Higher-High 200%. Unser 1-to-1-Age kommt dann rein bei den 400%. Also da ist definitiv einiges nach oben und raus dann möglich. Was man natürlich bei Pepe immer dazu sagen muss, das Ganze ist natürlich ein, ich sage es mal, einfach Meme-Coin. Heißt, da ist jetzt nicht wirklich der Nutzen für die Community allzu groß. Deswegen, wenn wir hier wirklich auch Spot-Portfolio-Käufe tätigen, dann würden wir das auch immer hier mit kleineren Spielbeträgen tun. Bleibt natürlich eben selbst überlassen, wie ihr das Ganze hier eben angeht. Genau, das soll an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Sollten noch Fragen zum aktuellen Count, zu den wichtigsten Levels offen sein, uns gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talk-News-Gruppe wissen lassen. Und damit würde ich sagen, Trading ist raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.